Hallo, herzlich willkommen im Restaurant BOLT. Mein Name ist Matthias Gleis, ich bin 39 Jahre alt und hier im Haus Küchenchef seit Oktober 2010. Wir sind dieses Jahr zu den Aufsteigern des Jahres 2011 nominiert worden bei den Berliner Meisterköchen und freuen uns natürlich sehr darüber und sind natürlich auch sehr gespannt, wer das Ding rocken wird und drücken allen Beteiligten, allen Nominierten ganz fest die Daumen.